und willkommen zurück mit dem SRAS, dem FUBAR und dem STB ja nach wie vor dabei die welt Ich hab' nen Speer! Das ist toll! Bad Damon! Schrein! Auf der Leichthüsigkeit! Leichthüsig... Äußerren! Mit Attach! Fuck her! Oh yeah! Glory, glory, halleluja! Mh... Jetzt fahren schnell! Buzzelne, Buzzelne! Buzzelne, bo ben... Was ist denn jetzt weckerくörst ate? Ich muss schon mal einen Nackt gründen von dir holen. Öle. Die da? Die Hochlandhöhlen. Lass uns einfach mal reingehen in die Hochlandhöhlen. Hier ist ein Mensch unten drinnen in den Hochlandhöhlen. Mensch? Mensch, das ist toll. Korstus hat meinen Bruder gebrochen. Woher nehmen sie ihn? Wir müssen seinen Bruder finden. Du magst. Korstus hat meinen Bruder gebrochen und ihn in diese Höhle gebracht. Alles, weil sie meine Elixirs wollen. Korstus ist ganz, ganz wütend. Darf Topaz nicht aufheben. Hat's gewohnt? Oh. Hm. Ah, ich weiß nicht, wo er hinlern soll. Beide sind da. Ich bin da nicht. Prima. Jawohl. Ja. 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 Geben, 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 Geben. Geben, Geben, Geben. Da hat ihmel Ilißen aufgehoben. Geben, Geben, Geben. Geben, Geben. Geben, Geben, Geben. 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 Geben, Geben, Geben. Ah, der letzte. Was zur Blöden, oder? Ach, da oben geht's ja noch weiter. Ja. Was für ein Glück. Wäre er vielleicht noch eine Chance, dass wir seinen Bruder finden. Ja. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nur seinen leblosen Körper. Boink. Wund. 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 Jeehaa. Wund. Eine. Craftingmaterial. Oh, der liegt da. Oh, sehr doll. Du hast mit den Trächsarbeit. Natürlich. Oh, so dicker dabei. Ja, dicker dabei. Ja, dicker dabei. Na ja. Wenn ich irgendwo so drin, na so ... Ja, brackern. Ja, brackern. Wund. 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 und der und nun in den nächsten Wochen wir kommen vor einer Tag da waren m ja ich bin immer geträumt ob er Puh, würde ich damit nur machen. So. Soll er dann dünn. Raumstub. Dall. Drossa. Tür. Waa? Die haben uns echt gefolgt. Ja, das ist so weiss doch wie... ... die hätten es manchmal sein können. In der Welt von Diablo 3 sind wir sowas wie die größten Celebrities halt, ne? Hm. Ja. Achso, ich dachte, wir verprügeln Monster, die eigentlich überhaupt nichts falsch gemacht haben. Bitte was? Ich dachte, wir verprügeln nur Monster, die überhaupt nichts falsch gemacht haben. Hier ist Kürbisuppe. Hier ist Kürbisuppe. Wunderbar. Ah, begeistert hier wieder einer von den... Nein. Schade. Na? Ja, ja, bin da. Ja. Will ich dir mal mein Geringtal einführen? Eieieiei. Hallo. Schön auf der Seite da. Nö. nyt 1 So... Finden wir eleks... Nö. Finden wir nicht. Es gab keine klare Beine, um sie zu fassen. Aber eine Kiste. Yeah! Blaue Schreiten drin und ein Pult... Parkbuch drin zu finden ist. Freie Erfahrung. Hm? Oh, nochmal Freie Erfahrung. Warte mal auf den dicken... Ach! Hm... Aha! Ja... Die Schatz geht so oben! Die kleinen Scherz-Texe, die... Ähm... Wie war das mit dem Skippen? Ich hab diesmal nix gemacht. Hm... Ich auch ne? Hab ich ein Ding ins Zimmer? Ne, aber es war später nur eine Cutscenes, oder? Irgendwann hat Leertaste gedrückt. Ist auf jeden Fall cool, dass ich mich grad nochmal an dieses Cutscenen-Skipp erinnert wurde. Aber das hatte ich nämlich drinnen. Aber das... Hat ja nix mit dem Sprechen zu tun. Ne, das hat nix mit dem Sprechen zu tun. Ne, das hat nix mit dem Sprechen zu tun. Haha. Aber trotzdem. Ja. Bei dem erst einer Scene kam, wird diese nicht geskippt von mir. Haha. Von mir auch nicht. Checkpoint! Yeah! Sachen kaputt machen. Die haben uns nicht gewonnen, aber die machen trotzdem kaputt. Und jetzt, die fangen wir da oben. Für viele Schreine es hier gibt. Komm, zieh Finger da oben Ich muss erstmal noch meinen, äh, etwas übermächtigen Skillsumständen wird oft gespringen gemacht Ah, ich will mich auch Wer will das nicht Folgen, jetzt noch meinen, Mann Ich bin, ich bin, du rein Oh, er hat auch noch richtig gelaufen. Aua, das war knapp. Richtig Eiswelle, boah, der Sack. Oh, uah, nein! Ich chill mal hier auf der Brustung. Ich bin nicht hier, ich bin nicht hier. Ihre Verbindung konnte nicht aufgebaut werden. Ach, gerade noch so. Huuh! Ja, ich bin nicht hier. Nur ein blauer Nile, der Gegenstand? Na ja. Schon ein bisschen lahm. Aber die schwersten sind doch immer die undlangbarsten. Hier noch was draußen rum. Oh, so? Ich hab' nur geguckt. Vielleicht auch noch. Du weißt ja, ne? Geht man mal rein und dann kommt man wieder und dann liegt da ein Legendary. Ich hab' nur zusammenkommen. Ich hab' nur zusammenkommen. Doppelé. Oh! Logger, schon wieder richtig Wow Wofür ist der Ende Oh ja, kurz vor Schluft schnappen, bevor es da wieder in den Dungeons geht Ja Kurz über eine Brücke laufen Aufsicht genießen, Vorsicht, kein Sender Das wäre es ja, wenn es hier so ein verstecktes Tiefment gibt, dass man die Fingler nach unten fangen kann Er lernt mich so an ein gewisses anderes Spiel, in dem man das an diversen Stellen der Taupe tun kann, um einen entsprechenden Titel zu bekommen Wer sich da noch passend Erkunde der Tiefen nennt Hab ihn mir sogar geholt Ich auch Besonders ehrenhafter Titel, oder? Es gehört schon, naja, nee Okay Ich könnte sagen, es gehört schon, was dazu, die richtigen Stellen zu finden, aber nee, eigentlich auch nicht Hand auf Balls Ich bin Assylla, damals Queen von unserem liebsten Leoric Meine Servanten und ich wurden von seiner Schmerzen verabschiedet Jetzt gebe ich euch meinen Schmerz, Champion um meine Menschen aus ihrem echterlichen Taupe zu verlassen Ja Äh, hier oben in der Zelle ist noch, ähm, ihr Tagebuch Hey, cool Wieder Tagebücher von fremden Personen lesen Jaaaah Dafür, ach, er umgekommen Aber was die jetzt von uns will, werden wir in der nächsten Folge herausfinden Und dieser Taupe, Lazarus, diskutiert meine Fähigkeit Wenn der Typ da weg ist Wenn der Typ da weg ist Ja, ich fahre mehr für mein Leben Er ist weg Und wenn ich im Weg von seinem Vater Oh, das ist madness So Oh, nein, nein, nein Dann werden wir in der nächsten Folge herausfinden Was wir hier auch noch nicht machen müssen In diesem Sinne Also dann Bis zur nächsten Folge Bis zur nächsten Folge Bis zum nächsten Mal Möge die Macht mit euch ein